Hallo, ich möchte euch eine neue App vorstellen, mit der man die Vokabeldateien und anderen Fragedateien auf unserem Quizlet-Account super lernen kann, die gegenüber der Quizlet-App, die ihr alle kennt, entschiedene Vorteile hat. Lässt sich ganz normal installieren über den Google Play Store. Müsst ihr auch auf iPhone funktionieren, über den iTunes Store. Ist gratis natürlich. Aufpassen beim Installieren, es gibt andere Apps, die sehr ähnlich aussehen. Es muss die Super-Flashcard-App sein. Nachdem die installiert ist, kann ich sie starten, auf Englisch, was für euch natürlich kein Problem ist. Und ich gehe jetzt gleich her und gehe hier auf My Cards, also meine Karteikartensätze. Da sind natürlich noch keine drauf. Darum möchte ich jetzt Karten von Quizlet importieren. Klicke hier auf Import und auf Quizlet. An der Stelle Your Account Name müsst ihr den Kontonamen eingeben, den wir auf Quizlet haben und der heißt Prozessor. Prozessor wie Professor. Doppel S. Und jetzt wird sich bei einigen, wenn ich hier auf Import-Flashcards gehe, wird sich bei einigen ein Fenster öffnen. Ihr könnt nicht importieren, jetzt ist es schon gleich passiert, weil ihr noch keinen Account auf Super-Flashcards habt. Also ihr müsst auf superflashcards.com im Internet gehen, eine E-Mail-Adresse, ein Passwort anlegen, dann könnt ihr das an dieser Stelle eingeben und es funktioniert alles. Es kommen hier jetzt gleich alle Vokabeldateien und anderen Fragedateien, die auf unserem Quizlet-Account drauf sind. Die will ich natürlich nicht alle importieren. Gehe hier einmal, klick hier einmal drauf, dann sind alle Häkchen hoffentlich gleich wieder weg. Na, heute will es nicht richtig. Das gleiche kann ich natürlich auch mit der Maus machen. So, ich importiere jetzt nur eine kleine Datei, die ich vorbereitet habe. Ich sage Import. Das ist eine ganz kleine Vokabeldatei, nur mit fünf Vokabeln. Schauen wir mal an. Die hat fünf Vokabeln. Chair, Desk, Spoon, Knife, Fork und so weiter. Wie in der Quizlet-App gehe ich jetzt auf Lernen und kann entweder umschalten, entweder Deutsch oder Englisch, hier über Flip. Und wenn ich auf die Karte klicke, kommt die Übersetzung. Und wenn ich zur nächsten gehe, muss ich angeben, habe ich es gewusst, habe ich es nicht gewusst oder gehe einfach sonst weiter. Ich sage jetzt beim Löffel, ich habe die Übersetzung nicht gewusst. Und bei allen anderen sage ich, dass ich sie gewusst habe. Ich gehe jetzt einfach wieder zurück, bin jetzt die ganze Vokabeldatei durchgegangen und habe jetzt gegenüber der Quizlet-Datei jetzt den ganz großen Vorteil, dass ich mir die sogenannten Boxen aussuchen kann. Die, die ich nicht gewusst habe und die, die ich gewusst habe. Unsere Vokabeldateien sind ja manchmal sehr, sehr umfangreich. Pro Unit dann manchmal, habe ich schon gesehen, 150 Vokabeln oder mehr. Und mit der Quizlet-Datei, die Quizlet-App, die merkt sich zwar, welche ich nicht kann, aber ich muss trotzdem immer wieder alle Vokabeln durchmachen. Mit der Super Flashcard-App, die sich ja auch merkt, welche Vokabeln ich kann und welche ich nicht kann, habe ich den Vorteil, dass ich genau die Boxen lernen kann, die ich nicht gewusst habe. Das heißt, wenn ich jetzt 150 Vokabeln habe, dann muss ich am nächsten Tag nicht wieder die 150 durchgehen, von denen ich vielleicht 100 sowieso immer gut kann, sondern ich kann genau die 50 lernen, die ich das letzte Mal nicht gekonnt habe. Also ich kann jetzt hier Box 1, das sind die, die ich schlecht kann, nochmal durchgehen und die Vokabeln, wo ich die I knew angeklickt habe, die sind schon eine Box weiter. Und wenn ich es nochmal durchmache, kommt wieder eine Box weiter und so weiter. Aber wie gesagt, der große Vorteil ist, ich kann jetzt hier auf diese Box klicken und es kommen jetzt nur noch die Vokabeln, die ich nicht gewusst habe. I knew it, desk, I knew it, spoon, I knew it, no thanks. Jetzt habe ich jetzt wieder die alle durchgemacht. Schaue wieder auf Statistik. Was ist jetzt hier passiert? Die sind jetzt alle, eine Box, eine Schachtel weitergekommen. Zusätzlich gibt es noch ein paar Spiele, die etwas anders sind als bei der Quizlet-App. Es gibt eine Matching-App, wo ich Paare, die zusammenpassen. Knife, Messer, Desk, Tisch, Löffel, Spoon anklicken muss. Und es gibt noch ein Memorize-Spiel, das so ähnlich funktioniert wie ein Memory, wo die Karten verdeckt sind. Und ich muss dann die richtigen finden. Das war es nicht. Das ist auch nicht. Das Spoon, wo ist der denn? Da ist er. Und beim Quiz ist es ein Multiple-Choice-Knife ist das Messer, Desk ist das Tisch und so weiter. Gut, das war es eigentlich für heute. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und viel Spaß beim Lernen.